Auf Mitte 1 sagt die Obali eben der Armin Frutsche gegen den Friedrich Wessing besiegt. Und wir rufen jetzt zur Mitte 1 den Kampf Nr. 19, Devin Zaun, Dessau gegen Richard Schlörger, Germania, Mark Neukirchen, jetzt auf Mitte 1. Es bereitet sich bitte vor, hier zu, Kampf Nr. 23, Demian Jordan Grasemann aus Halle, der Ring gegen Abdul Saad aus Jolland. Es bereitet sich weiter für, Kampf Nr. 24, Muskelfassad, Jolland gegen Alexander Friedrich aus Westen-Mitteln. Es bereitet sich für, Kampf Nr. 24, Oliver Schwager, Lübeau gegen Nürnens Grosel, wiederum in Gaude. Tiefa ist jetzt nicht so tief, hast du dir zu? Tiefa ist jetzt nicht so tief, häufig. Auf Mape 4 suchen wir den Kämpfer mit der Kampfforme Blaue.